Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was steckt hier so? Pfui! Es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier. Nicht hier. Definitiv nicht hier. Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Ähm, wo ist die Mülltonne? Ähm. Äh, äh. Sie ist hier, Papa. Ohohohoho. Jetzt waschen wir uns die Wände. Dann noch etwas Creme. Ups. Entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Hihi. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad. Das Riesenrad. Sausia ist weg. Schorschs Liebling ist ein Dinosaurier. Sausia. Schorsch liebt seinen Dinosaurier. Schorsch jagt Peppa gern mal einen Schrecken ein. Wie schrecklich. Beim Mittagessen sitzt der Saurier neben Schorsch. Wie bitte? Warst du da, Schorsch? Oder war das der Saurier? Saurier. Saurier. Wenn Schorsch badet, nimmt er seinen Dinosaurier mit in die Wanne. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Schorsch. Und gute Nacht, Dinosaurier. Schorsch kann nur schlafen, wenn sein Saurier neben ihm liegt. Schorsch spielt gern fliegender Saurier. Und natürlich landender Saurier. Hui. Hui. Peppa und Papa Wutz spielen Dame. Ich gewinne, Papa. Oh, gut gemacht, Peppa. Schorsch? Schorsch, was ist passiert? Saurier. Schorsch, suchst du deinen Dinosaurier? Schorsch ist traurig ohne seinen Saurier. Keine Bange, Schorsch. Wir finden deinen Saurier. Wir brauchen einen Detektiv. Papa, was ist ein Detektiv? Ein Detektiv ist ein sehr gewitzter Mann und ein guter Sachensucher. Ich, ich, ich kann ganz gut Sachen suchen. Also gut, Peppa ist der Detektiv. Schorsch, ich bin der Detektiv. Ich suche jetzt für dich deinen Saurier. Vielleicht sollte der Detektiv Schorsch ein paar Fragen stellen. Schorsch, sag, wo ist dein Dinosaurier? Schorsch weiß das doch nicht. Der Detektiv könnte versuchen zu erraten, wo Sausier steckt. Ich hab's. Ich weiß, wo er ist. Schorsch nimmt seinen Dinosaurier immer mit ins Badezimmer. Also ist der Dinosaurier in der Wanne. Aber im Bad ist er nicht. Oh. Ach so, ich weiß. Ich weiß, wo Sausier steckt. Schorsch würde niemals ohne seinen Dinosaurier schlafen gehen. Also kann er nur im Bett sein. Aber im Bett ist er auch nicht. Oh. Vielleicht sollten wir im Garten nachsehen. Ja, im Garten. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist bloß Sausier? Der Dinosaurier ist wirklich schwer zu finden. Sausier ist futsch. Ich geb's auf. Schorsch. Du spielst doch so gerne fliegender Sausier. Vielleicht flog dein Sausier dieses Mal ein bisschen zu hoch. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn zuerst gesehen. Gut gemacht, Peppa. Du bist wirklich eine gute Detektivin. Sausier. Schorsch ist so froh, dass er seinen Saurier wieder hat. Fliegender Sausier sollte man tunlichst nicht unter Bäumen spielen. Verstecken. Peppa und Schorsch spielen Verstecken. Schorsch ist an der Reihe, sich zu verstecken. Er muss schnell ein Versteck finden, bevor Peppa mit dem Zählen fertig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Schorsch hat gerade noch rechtzeitig ein Versteck gefunden. Alle aufgepasst, ich komme! Peppa muss Schorsch suchen. Hab dich! Peppa hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Peppa sich verstecken. Eins, drei. Ich helfe Schorsch beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Los geht's, Schorsch. Du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Peppa suchen. Peppa ist nicht unter dem Tisch. Schorsch, schau doch mal oben nach. Peppa ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte noch mal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins, zwei, drei. Oh je. Peppa wird Schorsch sofort finden. Fünf. Schorsch, schnell hier rüber. Acht. Neun. Zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Oh, Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist. Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb. Oh. Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oh je. Wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an. Ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Schorsch, hab dich. Oh, Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Gartenarbeit. Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa Wutz. Opa, fang! Ho, 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 fang! Und wer ist das? Saurier. Ein Dinosaurier. Opa, was machst du gerade? Ich pflanze diese Samen ein. Und was passiert dann damit? Aus Samen werden Blumen. Ich bohre ein kleines Loch und leg den Samen rein. Dann decke ich Erde drüber und begieße sie. Jede Pflanze in meinem großen Garten stammt aus solchen kleinen Samen wie diesen. Etwa auch der Apfelbaum? Oh, ja. Dieser kleine Samen wird zu einem kleinen Apfelbaum wie diesem. Oh. Und dieser kleine Apfelbaum wird zu einem großen Apfelbaum wie der da. Und im Apfel sind noch mehr Samen drin. Für noch mehr Apfelbäume. Ganz genau. Opa, Opa. Ich will auch was pflanzen. Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein. Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze. Zuerst gräbst du ein Loch. Dann decke ich den Samen rein und decke Erde drauf. Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein. Ich will es machen. Gut. Und nun brauchen wir etwas Geduld. Peppa und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt. Es passiert überhaupt nichts. Ho, 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 ho. Du wirst mehr Geduld haben müssen, Peppa. Das dauert sehr lange, bis etwas wächst. Peppa, Schorsch, wir fahren nach Hause. Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt. Ich wollte doch Erdbeeren, jetzt. Haha, keine Sorge, Peppa. Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein. Und dann essen wir Erdbeeren. Genau. Komm schon, Peppa. Bis bald, Opa. Bis bald, Erdbeeren. Opa Wutz sorgt für Peppas Erdbeerpflanze. Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen. Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer. Bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht. Erdbeeren. Opa, wir sind wieder da. Peppa und Schorsch sind sehr gespannt. Opa, Opa, ist schon was rausgekommen? Ja. Seht doch. Oh. Erdbeeren. Danke, Opa. Opa, können wir noch was pflanzen? Ja. Diesmal darf Schorsch sich was aussuchen. Ja, du suchst aus. Sag Karotten. Opa, ich glaube, Schorsch möchte Karotten. Schorsch, würdest du gern Karotten pflanzen? Nein. Was möchtest du denn sonst? Schorsch hat sich überlegt, was er anpflanzen will. Schorsch will einen Dinosaurierbaum anpflanzen. Dummer Schorsch. Saurier wachsen doch nicht an Bäumen. Wow, ja. Da kommt Dr. Hamster, die Tierärztin. Knirpsi ist hier. Gott sei Dank, ihr habt ihn gefunden. Du freche Schildkröte. Ab in deine Kiste. Jetzt ist Schlafenszeit. Es ist aber noch keine Schlafenszeit. Es ist Schlafenszeit für Knirpsi. Er schläft den ganzen Winter lang und wacht erst im Frühling wieder auf. Das klingt gemütlich. Du schläfst wohl richtig gerne. Was, Petro? Genau. Oh nein. Knirpsi? Knirpsi ist wieder ausgebüxt. Guckt, er ist auf den Baum. Knirpsi, mir ist wirklich schleierhaft, warum du so gerne auf Bäume kletterst. Wie sollen wir Knirpsi da bloß wieder runterholen? Wir fällen einfach den Baum. Nein, ich rufe lieber die Feuerwehr. Hier, Feuerwehr. Was ist los? Schildkröte auf dem Baum? Schon wieder? Wir sind unterwegs. Bitte Platz machen. Die Feuerwehr hat eine ausfahrbare Leiter. Komm schon, Knirpsi. Knirpsi klettert noch höher in den Baum. Komm her, du kleines Gürkchen. Frau Kuh klettert auch auf den Baum. Seien Sie vorsichtig, Frau Kuh. Oh je, ich stecke fest. Kühe können nicht sehr gut auf Bäume klettern. Halten Sie durch, ich komme Sie holen. Hierher, Knirpsi. Oh, jetzt stecke ich auch fest. Elefanten können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern. Tja, das war ja wohl mal gar nichts, ne? Aber was sollen wir denn jetzt bloß machen? Wir fällen einfach den Baum. Nein! Ich rufe den nächsten Rettungsdienst. Hallo, hier, Opa Kleps, Abschlepp-Service. Hallo, Knirpsi, die Schildkröte sitzt auf einem Baum. Schildkröte auf Baum? Schon wieder? Bin schon unterwegs. Hm, wie bekommt man denn eine Schildkröte vom Baum runter? Fällen Sie einfach den Baum. Ja, wir fällen einfach den Baum. Nein! Na gut, dann kletter ich eben mal rauf. Hurra! Oh, hier scheint ich steck fest. Hunde können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern. Können wir jetzt endlich den Baum fällen? Nein, wir rufen jetzt den höchsten Rettungsservice im ganzen Land. Okay, ich bin schon unterwegs. Das ist Frau Mümmel mit ihrem Rettungshubschrauber. Hallo, alle zusammen. Retten wir mal wieder unseren Knirpsi. Ähm, wer fliegt jetzt eigentlich den Hubschrauber? Ups, ich Dummerchen. Ich stelle mal schnell den Autopiloten an. Autopilot angeschaltet. Einen schönen Tag noch. Mit einem Autopilot fliegt der Hubschrauber von alleine. Hab ich dich, du kleiner Schlingel. Frau Mümmel hat Knirpsi gerettet. Hurra! Dankeschön, Frau Mümmel, dass Sie meinen Knirpsi gerettet haben. Hab ich gern gemacht. Dankeschön auch für unsere Rettung. Ich mache nur meine Arbeit. Wiedersehen. Äh, haben Sie nicht etwas vergessen? Was? Oh ja, meinen Hubschrauber. Auf Wiedersehen, alle zusammen. Auf Wiedersehen. Du bist wirklich eine freche Schildkröte. Äh. Oh gut, du bist jetzt müde. Ab in deine Kiste. Schlaf schön, Knirpsi. Knirpsi hält jetzt Winterschlaf. Im Frühling wird er wieder aufwachen. Pssst. Ein Garten für Peppa und Schorsch. Papa Wutz sitzt an seinem Lieblingsplatz in der Sonne. Oh, das ist genau der richtige Tag zum Faulenzen. Papa Wutz liebt es zu faulenzen. Besser geht's doch nicht. Ah, doch, mit einer Tasse Tee. Opa Wutz will Peppa und Schorsch besuchen. Opa Wutz. Apa, hallo. Hallo, Peppa und Schorsch. Heute lege ich mit euch euren eigenen Blumengarten an. Oh, ein Garten für Schorsch und mich. Ich habe ein Päckchen Blumensamen für jeden von euch. Und jetzt brauchen wir einen schönen, sonnigen Platz, um eure Samen einzusäen. Wunderbar. Opa Wutz gräbt Peppas und Schorschs Garten um. Oh. Ah, Tee für die Arbeiter. Dankeschön, Papa Wutz. Äh, was geht hier vor? Wir machen hier unseren Blumengarten. Brauchen wir denn einen Blumengarten? Ja. Hier habe ich gerade auf meinem Stuhl gesessen. Es gibt wichtigere Dinge als Stühle, Papa Wutz. Aber ich sitze hier immer und lese meine Zeitung. Aber natürlich gibt es viel wichtigere Dinge als Zeitungen, Papa. Ja, Blumen zum Beispiel. Guck mal, Papa. Peppa hat viele kleine Blumensamen. Schorsch hat nur einen Blumensamen. Oh. Aber es ist ein ziemlich großer Samen. Könntest du uns etwas Wasser bringen, Papa Wutz? Hm, na gut. Samen brauchen sehr viel Wasser. Sie sind nämlich sehr durstig. Ein paar Vögel kommen angeflogen. Du musst gut aufpassen, dass sie nicht die Samen auffressen. Husch, husch. Fliegt schnell weg, ihr Vögel. Hier ist das Wasser. Papa hat die Vögel weggescheucht. Ho, ho. Papa Wutz sieht auch aus wie eine Vogelscheuche. Peppa, Schorsch, kommt baden. Oh, aber was ist, wenn die Vögel zurückkommen? Keine Sorge, Peppa. Ich passe auf, dass die Vögel die Samen nicht futtern. Dankeschön, Papa. Viel Glück, Papa Wutz. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss. Das tut gut. Papa, du musst doch die Vogelscheuche sein. Was? Oh, husch, husch, freche Vögel. Genau. Bleib da bitte stehen, bis die Vögel schlafen gehen. Ho, ho. Na gut, Peppa. Alle Vögel schlafen jetzt. Papa Wutz kann ins Haus gehen. Es ist morgen. Schorsch, komm, wir schauen nach unserem Blumengarten. Oh, Babypflanzen. Morgen. Ah, wie ich sehe, wachsen eure Pflänzchen schon. Bald werden sie große Blumen sein. Eine kleine Schnecke kommt angekrochen. Oh je, Schnecken fressen sehr gerne Pflanzen. Opa Wutz, kannst du Barbara mit in deinen Garten nehmen? Ähm, na gut. Dann kümmere ich mich um Barbara. Es ist eine Woche später. Peppa, Schorsch, kommt schnell her. Da sind ja meine Blumen. Die sind so wunderschön. Und jetzt seht mal Schorschs Blume. Das ist die Ranke einer Bohne. Und wenn man daran raufklettert, erreicht man das Schloss eines Riesen. Ho, ho, ho. Nein, Peppa. Aber sie ist wirklich ziemlich groß. Guck mal. Die Blume von Schorsch ist sogar größer als unser Haus. Ho, ho. Schorschs Blume ist eine Sonnenblume. Gut gemacht, Schorsch. Ich liebe unseren Blumengarten. Und jetzt sollt ihr auch noch einen Gemüsegarten bekommen. Aber hier sitze ich immer auf meinem Stuhl. Es gibt doch wirklich wichtigere Dinge als Stühle, Papa Wutz. Ja, wie Karotten, Tomaten und Kartoffeln zum Beispiel. Bei einer Kartoffel sage ich nicht nein. Papa Wutz mag Kartoffeln. Ho, ho, ho. Alle mögen Kartoffeln. Ho, ho, ho. Lärm in der Nacht. Peppa und ihre Familie übernachten heute bei Cousine Chloe. Hallo, ihr alle. Hallo. Oh, ihr seid doch bestimmt müde nach dieser langen Reise. Ja, ich glaube, wir werden heute früh schlafen gehen. Zuerst bringen wir Baby Alexander ins Bett. Das ist das Zimmer von Baby Alexander. Baby Alexander mag Lärm. Dabei schläft er gut ein. Wir mögen es eben laut in unserem Haus. Wir sind eine laute Familie. Peppa und Schorsch, ihr schlaft heute Nacht bei mir. Oh, super. Peppa und Schorsch freuen sich, dass sie bei Cousine Chloe schlafen dürfen. Gute Nacht. Alle liegen gemütlich im Bett und schlafen. Baby Alexander ist aufgewacht. Peppa und Schorsch sind aufgewacht. Was für ein Lärm. Das ist der Staubsauger. Ähm. Warum saugst du mitten in der Nacht? Wir stören euch doch nicht etwa, oder? Was? Oh, nein. Wir haben gemerkt, dass Baby Alexander bei Lärm am besten einschläft. Er liebt Lärm. Wir sind eben eine laute Familie. Alle liegen wieder in ihren Betten und schlafen. Baby Alexander ist aufgewacht. Warum spielt Tante Woods denn Trompete? Damit Alexander einschläft. Je lauter, desto besser. Geht das nicht auch irgendwie anders, ohne so viel Lärm zu machen? Wir glauben nun mal, mit Lärm geht es am besten. Als Schorsch ein Baby war, haben wir ihn in seinem Kinderwagen rund ums Haus geschoben. Und dabei ist er immer eingeschlafen. Wie seltsam. Ohne laute Geräusche? Ja, wirklich. Wie oft ums Haus war das nochmal, Mama Wutz? Dreimal? Fünfzig Mal. Papa Wutz schiebt Baby Alexander im Kinderwagen rund ums Haus. Fünfzig Mal. Gut. Baby Alexander schläft wieder. Lasst ihr mich wieder rein? Ich schalte nur die Alarmanlage aus. Und jetzt den Alarm wieder an. Peppa, was machst du denn hier? Ich kann nicht schlafen, Papa. Das ist so eine lärmige Nacht. Okay, Peppa. Ich bring dich wieder ins Bett. Also, wo war nochmal euer Zimmer? Stopp, Papa. Das ist das Zimmer von Baby Alexander. Baby Alexander ist von dem Licht aufgewacht. Kein Problem. Hier kommt schon der Staubsauger. Und hier die Trompete. Stopp. Stopp. Ich weiß noch was anderes, was George früher zum Schlafen gebracht hat. Oh ja. Wir haben ihn im Auto rumgefahren. Ich mach den Wagen startklar. Denk an die Alarmanlage. Papa Wutz hat die laute Alarmanlage ausgelöst. Und jetzt hat die Alarmanlage auch alle anderen aufgeweckt. Da kommt Frau Mümmel mit dem Rettungshubschrauber. Ist alles in Ordnung bei euch da unten? Es gab einen Alarm? Ja, alles gut. Okay. Gute Nacht. Von dem ganzen Lärm ist Baby Alexander wieder eingeschlafen. Und jetzt schläft er tief und fest. Und alles wegen meinem lauten Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Ihr solltet öfters bei uns schlafen. Das Rennauto von George. Es ist ein schöner, sonniger Tag bei Oma und Opa Wutz. Peppa, George, Papa Wutz und Opa Wutz sitzen im Wohnzimmer und gucken Autorennen im Fernsehen. Rennu! Rennu! Auto zwei, komm schon! Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Was ist das für ein Krach? Oh, ist das aufregend. Rennauto zwei, geht gerade. Das ist besser. Das Rennen ist doch schon fast vorbei. Mach es wieder an! Wow, war das ein spannendes Finale. So etwas sieht man nur alle paar Jahre mal. Seht, zu Ende. Es ist so ein schöner Tag. Ihr solltet alle rausgehen und spielen. Ja, Oma Wutz. Also, was wollen wir jetzt spielen? George möchte gerne Autorennen spielen. Oh ja, wir bauen George ein Rennauto. Kannst du wirklich ein Rennauto für George bauen, Papa? Nein, aber Opa Wutz kann das. Was? Oh, okay. Ich baue ein Rennauto für George. Das ist der Schuppen von Opa Wutz, in dem er Sachen repariert. Was haben wir denn da? Ah, ein Kinderwagen. Nö, George ist doch kein Baby mehr, Opa. Wir brauchen doch nur die Räder vom Wagen, Peppa. Oh! Das Teil nehmen wir als Haube. Und das kommt hinten dran. Was ist deine Lieblingszahl, George? George's Lieblingszahl ist die 2. Oho, dieses Rennauto wird ganz super schnell. Hurra! Mach das Rennauto aber nicht zu schnell, Opa. George ist doch noch so klein. Keine Sorge, Peppa. Das Rennauto bekommt Pedale und keinen Motor. Ah! Als nächstes brauchen wir ein Lenkrad. Und zum Schluss noch eine Rennfahrerbrille und einen Helm. Jetzt hat George ein Rennauto. Da kommen Klausi Kleff, Zoe Zebra und Pedro Pony. Hallo zusammen. George hat jetzt ein Rennauto. Boah! Lass uns Renn fahren. Au ja! Ich auch. Ich will auch mit Rennen fahren. Wo ist denn dein Rennauto, Peppa? Ich habe kein Rennauto. Keine Sorge, Peppa. Du wirst dann Chefmechaniker. Was muss ich da tun? Du reparierst George's Auto, wenn es kaputt geht. Oh, super. Ich hoffe, es geht oft kaputt. Wir starten das Rennen. Drei Runden durch den Garten. Auf die Plätze. Fertig. Los! Das Rennen ist gestartet. Komm schon, George! Am Ende der ersten Runde liegt George in Führung. Was ist denn das für ein Krach hier? Ich will drinnen Fernsehen gucken. Wir machen ein Autorennen, Oma. Am Ende der zweiten Runde liegt George immer noch in Führung. Oh weh. George's Rennauto hat ein Rad verloren. Wo ist der Chefmechaniker? Hier bin ich schon. Was sollen wir tun? Schraub das Rad wieder dran. Okay, Chefmechaniker. Okay, Chefmechaniker. Los, George. Fahr. Oh weh. George ist nach ganz hinten zurückgefallen. Tritt noch schneller, George. Komm schon, George. Komm schon, George. Ja. 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 George hat gewonnen. Hurra. Gut gemacht, George. Du bist der beste Rennfahrer auf der ganzen Welt. Ja, und du bist der beste Chefmechaniker der ganzen Welt. Ja, das bin ich. Die Ferien sind zu Ende. Heute ist der letzte Tag von Peppers Urlaub in Italien. Noch ein letzter Morgenspaziergang. Noch ein letztes Mal schwimmen, Signore Wutz. Äh, ja. Noch einmal schwimmen, bevor wir nach Hause fliegen. Ich will aber für immer hier im Urlaub bleiben. Urlaub ist schön. Aber er dauert nun mal nicht ewig, Peppa. Denk mal an deine Freundinnen, die zu Hause auf dich warten. Ja. Ich vermisse meine Freundinnen. Und ich vermisse Goldi den Fisch. Kann ich Goldi mal anrufen? Ja, klar, Peppa. Oma und Opa Wutz passen auf Goldi den Fisch auf, solange Peppa im Urlaub ist. Hallo? Hallo, Oma. Wie geht's, Goldi? Ähm, sie frisst ganz gut. Ich habe ihr eine Postkarte geschickt. Hat sie ihr gefallen? Deine Postkarte ist noch nicht angekommen, Peppa. Aber ich bin sicher, sie ist bald da. Oh. Wir kommen heute nach Hause. Bis später. Bis später. Luzi Locke will Peppa zum Spielen abholen. Hallo, Luzi. Hallo, Oma Wutz. Ist Peppa aus dem Urlaub zurück? Nein, noch nicht, Luzi. Aber sie kommt heute wieder. Oh. Luzi vermisst Peppa. Dieser Koffer ist so schwer. Bist du sicher, dass wir das alles brauchen, Mama Wutz? Das sind lauter wichtige Andenken an unseren Urlaub. Okay. Seid ihr alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann ab nach Hause. Wiedersehen. Ciao. Oh, guck mal. Oh weh. Peppa hat Teddy vergessen. Was für ein schöner Urlaub. Ja. Und ich war auch noch nie so entspannt. Oh. Herr Wachtmeister. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es kommt nicht wieder vor. Signore Wutz. Hier ist Ihr Teddy. Bitte passen Sie besser auf ihn auf. Teddy. Wir fliegen heute nach Hause. Luzi Locke kann es nicht erwarten, dass Peppa zurückkommt. Hallo, Luzi. Ist Peppa schon zurück? Nein, Luzi. Aber sie ist gerade auf dem Rückflug. Flugzeug fliegt. Sonnenschein. Fliegen, das ist richtig fein. Ich hoffe, zu Hause scheint auch die Sonne. Peppa und ihre Familie sind wieder zu Hause angekommen. Oma Wutz. Opa Wutz. Goldi. Goldi. Was hat Opa denn mit dir gemacht? Ähm, sie ist vielleicht ein bisschen füllig geworden, oder? Du schlimmer Opa. Du hast sie zu viel gefüttert. Sie hatte immer Hunger. Wir haben euch was aus Italien mitgebracht. Guck mal, Opa Wutz. Ein wunderschöner Gartenzwerg. Oh, das war doch nicht nötig. Oma, ist meine Postkarte schon da? Nein, Peppa, noch nicht. Oh. Da kommt meine Postkarte. Hallo. Oh, es ist nur Luzi. Ich hab dich so vermisst, Peppa. Nee, ich dich doch auch, Luzi. Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Da kommt Herr Zebra. Der Briefträger. Eine Postkarte aus dem fernen Italien. Ohoho. Wir waren schneller hier als die Postkarte. Guck, Goldi. Ich hab dir aus dem Urlaub diese Karte geschrieben. Hattest du denn einen schönen Urlaub in Italien, Peppa? Ja. Und du? Wie war's bei dir? Es hat jeden Tag geregnet. Oh, super. Das heißt, es gibt hier eine Menge Matschepfitzen. Peppa und Luzi lieben es, in Matschepfitzen rumzuhüpfen. Urlaub ist was Schönes. Aber nach Hause kommen zu den Matschepfitzen ist sogar noch schöner. Peppas Zirkus. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und ihre Freunde besuchen Oma und Opa Wutz. Was ist das? Opa Wutz baut im Garten ein großes, gestreiftes Zelt auf. Das ist ein Zirkus. Hurra! Opa, dürfen wir in den Zirkus? Zirkus, Peppa? Aber hier ist doch kein Zirkus. Wofür ist dann das große, gestreifte Zelt? Das ist für Oma Wutz Gartenparty. Oh, was ist eine Gartenparty? Ein Fest, wo Erwachsene rumstehen und reden. Wirklich schade um das schöne Zelt. Ein Zirkus wäre doch viel spannender. Dann mach doch einfach selbst einen Zirkus. Ja, und wir nennen ihn Peppas Zirkus. Bist du schon fertig mit dem Zelt, Opa Wutz? Die Gäste werden bald kommen. Oma, wir machen einen Zirkus für deine Gartenparty. Eine wundervolle Idee. Mit Verkleiden? Natürlich, ich hole die Verkleidungskiste. Wir können Klautsäun und Akrobaten und Jongleure. Mein Papa war beim Zirkus. Boah, was hat er gemacht? Eintrittskarten verkauft. Hier, in der Verkleidungskiste ist bestimmt für jeden was dabei. Peppa hat einen Zylinderhut gefunden. Klausi Kleff hat eine gepunktete Sporthose und einen Schnurrbart. Pedro hat ein Clownskostüm gefunden. Wer braucht Schminke? Ich bitte. Was wollt ihr denn sein? Ich wäre gerne der Clown. Aber Peppa, wo ist dein Clownskostüm? Okay, du bist der Clown. Und ich wäre gerne der starke Mann. Ist gut, Klausi. Du bist der starke Mann. Ich möchte Jongleur sein. Aber das möchte ich gerne sein. Okay, du bist der Jongleur. Opa, ich habe jetzt überhaupt nichts zu tun. Du bist der Zirkusdirektor, Peppa. Du hast schon den Hut dafür. Was macht der Zirkusdirektor? Der Zirkusdirektor ist der Chef. Ja, ich werde Zirkusdirektor. Was muss ich tun? Du sagst, willkommen in meinem Zirkus erleben sie das Unmögliche. Das Fantastische. Artistische Tricks und Kunststücke voller Wagemut. Oh. Ähm, willkommen in meinem Zirkus. Hier gibt es einen wahren Mut. Da kommen die Gäste von Oma Wutz' Gartenparty. Hallo zusammen. Ich habe eine Überraschung für euch. Eine Zirkusvorstellung. Hochverehrtes Publikum. Willkommen in meinem Zirkus. Also, zuerst einen Applaus für die wilde Mollimieze. Und nun Schorsch, Linus und Edmund auf ihren Dreirädern. Schön weiterklatschen für den starken Klausi-Kleff. Ich war auch mal starker Mann. Da habe ich Traktoren hochgehoben. Und Emily Elefant jongliert mit Kartoffeln und einem Ei. Jetzt gibt es was zu lachen. Petro Pony kommt als Clown. Nicht lachen. Das Lustige mache ich doch erst noch. Das war das Lustige. Ihr seid wirklich richtig lustig. Dankeschön. Das war es auch schon mit meinem erstaunlichen, überraschenden Zirkus. Das war der beste Zirkus, den ich je gesehen habe. Der Camping-Urlaub Peppa und ihre Familie machen Ferien im Wohnmobil. Guten Morgen, meine kleinen Schweinchen. Guten Morgen, Papa Butz. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Gute Idee, Mama Butz. Schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Butz. Du willst doch nicht im Ernst unseren Camping-Urlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Äh, du hast recht, Mama Butz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss ganz voller Enten. Entenland. Wir fahren zum Entenland. Peppa und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo. Wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten. Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir... Wenn wir... Picknick machen. Peppa und Schorsch lieben Picknick. Guckt mal, da kommen ja die Enten. Halt, Papa. Wir brauchen das Brot doch für die Enten. Na gut. Hallo, Frau Ente. Da kommen noch mehr Enten. Das sind alles ihre Brüder und Schwestern. Und da kommen noch mehr Enten angeschwommen. Und das sind die Enten Omas und Opas. Und hier kommen noch alle Tanten und Onkel. Das war's. Unser Picknick ist alle. Enten. Sag Dankeschön zu Papa Wutz. Ho, ho, ho. Sehr gern geschehen. Ich liebe Entenland. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Ich frage mich, ob es nicht eine Abkürzung gibt. Fahren Sie geradeaus in den Fluss hinein. Oh, sind Sie sicher? Ja, fahren Sie in den Fluss hinein. Aber wir können doch nicht ins Wasser fahren. Genau, das Ding redet doch Unsinn. Drücken Sie bitte den blauen Knopf. Das Wohnmobil kann tatsächlich im Wasser fahren. Unser Wohnmobil hat sich in ein Boot verwandelt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Willkommen im Vorzeug der Zukunft. Guckt mal. Da sind ja Opa Clef und Klausi Clef. Ahoi auch, Papa Wutz. Äh, ahoi auch. Wir schippen über das Wasser in unserem Wohnmobil. Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir sind zu Hause. Danke für den schönen Urlaub, Frau Wohnmobil. Ha, ha, ha. Aber gern. Es war mir ein Verbildnis. Es ist schön, im Urlaub zu sein. Aber am allerschönsten ist es doch in unserem eigenen Haus. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Mama Wutz hat eine Feuerwehruniform an. Mama, warum hast du dich so verkleidet? Ich gehe zu einer Feuerwehrübung nur für Mütter. Ui. Ha, ha. Ein guter Vorwand für eine Tasse Tee und ein Schwätzchen. So, was hast du denn heute vor, Papa Wutz? Ich habe ein wichtiges Treffen mit der Fußballmannschaft für Väter. Ha, das sind doch nur große Jungs, die einen Fußball herumkicken. Also, wir wollten auch noch grillen. Da sind Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Muuu, kann Papa Wutz rauskommen zum Spiel? Hihi, los geht's. Mama, dürfen wir das Feuerwehrauto angucken? Ja. Oh, prima. Das ist die Feuerwache von Frau Mömmel. Hallo, Pepper und Schorsch. Wollt ihr mal das Feuerwehrauto sehen? Toll. Feuer-Auto. Es hat eine Leiter zum Klettern, einen Schlauch zum Wasserspritzen und eine große Glocke zum Bimmeln. Ding-Dang, Ding-Dang. So, jetzt gehen wir nach oben und halten Ausschau nach einem Feuer. Hallo zusammen. Hallo, Pepper. Hallo, Schorsch. Wie wäre es mit einer Tasse Tee und einem Schwätzchen? Das klingt fein. Ui, ein Telefon. Peppa, das ist das Feuerfon. Es darf nur benutzt werden, wenn es brennt. Ah, Feuer, Feuer. Hier, Feuerwache. Wo brennt es? Wo brennt es denn? Kann ich bitte mit Mama Wutz sprechen? Oh, es ist Papa Wutz. Papa Wutz, du darfst nicht auf diesem Telefon anrufen. Es ist nur für Notfälle. Es ist doch auch ein Notfall. Ich kann das Tomatenketchup nirgendwo finden. Papa Wutz, soll ich vielleicht mal den Grill anmachen? Ja, bitte, Herr Löffel. Seid ja vorsichtig mit dem Grill, Papa Wutz. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir Väter wissen doch alles über das Grillen. Tschüss. Vielleicht brauchen wir noch mehr Kohle. Da muss man mal ein bisschen pusten. Schmeiß noch ein paar Grillanzünder drauf. So, jetzt warten wir nur noch auf ein Feuer. Und wie lange müssen wir warten? Och, das könnte lange dauern. Ich warte schon ewig. Wie viele Feuer haben Sie eigentlich schon gelöscht, Frau Mümmel? Äh, keins. Kein einziges. Aber man muss immer bereit sein. Es ist das Feuerfon. Kannst du bitte drangehen, Peppa? Wahrscheinlich ist es wieder dein Papa. Okay. Hallo, hier Feuerwache. Hallo, Peppa. Oh, Peppa, du schon wieder. Du bist sehr ungezogen. Das Feuerfon ist nur für Notfälle. Gibst du mir mal Frau Mümmel, bitte? Sei doch so lieb. Peppa will mit Ihnen sprechen. Hallo, Papa Wutz. Dieses Telefon ist reserviert für den Alarm bei... Feuer! Feuer! Oh, weh. Der Grill vom Papa Wutz steht in Flammen. Feuer! Feuer! Die Mütterfeuerwehr rückt aus. Hui! Hui! Festhalten! Hui! Hui! Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Feuer! Feuer! Ding, dong, ding, dong. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Da kommt Frau Mümmels Feuerwehrauto. Hurra! Hurra! Seite Papas! Mama Clef, Kommando, Wasser marsch! Ei, ei, Mama Mut! Das Feuer ist gelöscht. Hurra! Danke für die Rettung, Frau Mümmel. Kein Problem. Das gehört alles zum Service. Zum Service der Mütterfeuerwehr. Und jetzt, wo die Mütterfeuerwehr unseren Garten unter Wasser gesetzt hat, können wir alle zusammen in den Matschepfützen herumspringen. Ich liebe Feuerwehrautos. Ganz besonders, wenn sie Matschepfützen machen. Der Talenttag Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, morgen ist unser Talenttag. Was ist ein Talent? Ein Talent ist etwas, was du gerne machst und was du gut kannst. Ich gucke gerne Fernsehen. Und das kann ich gut. Zeig doch etwas, was die anderen auch gerne sehen würden. Mein Talent ist Gitarre spielen. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Vergesst nicht, euch etwas auszudenken für den Talenttag, Morgan. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Ich kann auch nicht ins Bett gehen. Ich habe noch kein Talent, das ich morgen zeigen kann. Aber du hast viele Talente, Peppa. Ja, ich kann Seilspringen. Ich kann singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich habe ja so viele Talente. Keine Sorge, du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind Seilspringen, singen und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Klöpf? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Ahem. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Ah. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh. Bitte schließ die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Dankeschön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh weh. Tanzen war Peppers letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat. Also, wer ist noch übrig? Peppa. Ich wollte Seilspringen oder singen oder tanzen. Aber das war alles schon. Man kann viele Talente haben, Peppa. Auf jeden Fall nicht Fernsehen gucken. Überleg mal, was du wirklich gerne machst. Ich weiß es. Ich habe noch ein Talent, bei dem ich richtig gut bin. Mal sehen, welches Talent Peppa wohl meint. Mein besonderes Talent, das ich am besten kann, auf der ganzen weiten Welt, ist auf und ab zu springen. In Matschepfützen. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, in Matschepfützen zu springen. Auf der Kirmes. Heute sind Peppa und ihre Familie auf der Kirmes. Ich liebe die Kirmes. Rutsche. Schorsch möchte auf den Ringelkringel. Ja gut, dann bis später. Dann bis später. Hereinspaziert. Fangt das Entchen und gewinnt den Riesenteddy. Mama, können wir auch mal? Na gut. Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Alles für einen guten Zweck. Hol den Riesenteddy, Mama. Ich versuch's, Peppa. Aber ich fürchte, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Sie haben keine Chance. Was? Es ist unmöglich. Geldverschwendung, wenn Sie mich fragen. Das wollen wir doch mal sehen. Mama Wutz hat gewonnen. Hurra! Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hättest du nicht lieber einen kleinen Teddy, Peppa? Kommt nicht in die Tüte. Guck mal, Mama. Ein Riesenteddy. Er ist etwas groß. Ist er gar nicht. Schorsch und Papa Wutz stehen am Ringelkringel an. Hm, der ist ja doch ziemlich hoch, Schorsch. Bist du sicher, dass du da rauf fällst? Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Ist alles für einen guten Zweck. Oh weh. Es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht zwei Euro. Bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh. Es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Also gut. Oh. Oh. Hereinspaziert. Schießt auf die Scheibe und gewinnt einen Riesenteddy. Das schaffst du doch locker, Mama. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesenteddy, Pepper. Keine Sorge, sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben sie gesagt? Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie viel kostet ein Schuss? Zwei Euro. Mama Wutz hat gewonnen. Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hurra. Ich will auch so einen Teddy haben. Bitte, Mama. Der ist viel zu groß. Ist er gar nicht. Papa Wutz und Schorsch fahren mit dem Riesenrad. festhalten, bitte. Oh, das ist wirklich hoch. Oh, gut, dass es vorbei ist. Fünf Riesenradrunden für zwei Euro. Fünf Riesenradrunden? Oh, nein. Hereinspaziert. Tötet näher. Messt eure Kraft beim Hau den Lukas. Was muss man da tun? Also, sie hauen hier fest drauf mit dem Hammer. Klingelt die Glocke, dann gibt's einen Preis. Keine große Kunst, aber man braucht Kraft. Ich versuch's mal. Zwei Euro. Pech gehabt. Ho, ho. Ich bin stark. Jetzt hau ich mal. Alle Mann zurücktreten. Sei vorsichtig, Papa Wutz. Du bist nicht so fit. Ho, ho. Ja, Papa Wutz sieht ein bisschen rundlich aus. Was? Ich meine nur, Papa Wutz hat ein klitzekleines Bäuchlein. Geben Sie mir den Hammer. Donderwetter. Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Sie gewinnen alle unsere Riesenteddys. Hurra! Mama, können wir die Teddys meinen Freunden schenken? Eine gute Idee. Dankeschön, Papa. Ach, wie nett. Vielen herzlichen Dank. Dr. Hamsters Schildkröte. Die Spielgruppe hat heute Besuch. Kinder, Dr. Amster erklärt uns heute ihre Arbeit. Moin, moin zusammen. Moin, moin, Dr. Hamster. Dr. Hamster ist Tierärztin. Wer weiß was über Tierärzte? Tierärzte machen kranke Tiere gesund. Das stimmt. Und ich habe euch ein paar von meinen Tieren mitgebracht. Oh. Das ist Hini, der Wellensittich. Hallo, Hini. Darf ich Hini mal streicheln? Ja, ganz vorsichtig, nicht? Der ist ganz flauschig. Oh, das sind seine Federn. Die braucht er zum Fliegen. Seht ihr wohl? Das Fliegen ist wichtig für Hini, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Hini noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich habe verschlafen. Oh, Pedro. Du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch festgeschlafen. Oh. Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Ähm, Doktor Hamster? Ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenners, ich hab noch jemanden, den ich euch zeigen will. Dinosaurier. Ach, Schorsch. Du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Das ist kein Dinosaurier. Das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Boah. Macht sie auch einen Winterschlaf? So wie Knirpsi? Nein. Oh, wo ist Knirpsi? Knirpsi. Oh, weh. Knirpsi, die Schildkröte, ist weggelaufen. Keine Sorge, Doktor Hamster. Wir finden Knirpsi. Vielleicht ist sie im Musikzimmer. Knirpsi ist nicht im Musikzimmer. Ist sie vielleicht im Spielhaus? Knirpsi ist nicht im Spielhaus. Versteckt sie sich in der Garderobe? Knirpsi versteckt sich auch nicht in der Garderobe. Ich kann Knirpsi riechen. Hier entlang. Freddy Fuchs hat eine sehr gute Spürnase. Da ist Knirpsi. Knirpsi ist oben auf einem Baum. Oh, jetzt brauche ich wohl Hilfe, ne? Das ist die Feuerwache von Frau Mümmel. Ah, Feuer, Feuer, Feuerwache. Wo ist das Feuer? Meine Knirpsi sitzt auf einem Baum. Was? Schon wieder? Notfalleinsatz! Notfalleinsatz! Schildkröte auf einem Baum! Ich weiß gar nicht, wieso du so gerne auf Bäume kletterst. Du bist doch ne Schildkröte. Zurücktreten! Knirpsi! Komm schon, Knirpsi! Danke schön, Frau Mümmel. Gehört alles zu meiner Arbeit. Bei meiner Arbeit kümmere ich mich auch um Tiere. Wo sind denn Hini und Ella? Oh, ich weiß nicht. Hallo? Hier sind sie. Gesund und munter. Opi Mümmels Leichturm. Peppa, Schorsch und Klausi machen einen Ausflug mit Opa Kleff und seinem Boot. Opa, fahren wir heute zur Pirateninsel? Ja, Klausi, aber zuerst müssen wir noch ein paar Sachen bei meinem Freund Opi Mümmel abgeben. Wo wohnt Opi Mümmel denn? Auf einem Felsen. Auf einem Felsen? Ja, in dem Leuchtturm da. Oh! Ahoi, alter Sehund! Ich bringe dir deine Sachen. Oho! Danke, Opa Kleff. Ich hab heute meine Mannschaft mit dabei. Klausi, Peppa und Schorsch. Besuch? Seit vielen Monaten schon hatte ich keinen Besuch mehr. Es ist einsam hier draußen. Nur ich und der Himmel und das Meer. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh! Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Au, ja! Also, da gibt's den Himmel und das Meer und ich lerne gerade Bencho. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke! Au, ja! Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh, ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum, herum! Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Oh! Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh! Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel! Ganz schön laut. Kein Nebel heute. Nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke! Wir müssen los! Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi Mimmel! Genießt den Himmel und das Meer! Machen wir! Opaklefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal! Unsere Sandböck ist noch da! Kommt! Wir spielen Verstecken! Ich zähle! Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf! Seid ihr schon versteckt? Ich komme! Hab euch! Oh! Aber wo ist Schorsch? Opaklef kann Schorsch nirgends finden. Ich gebe es auf! Wo ist er? Schorsch hat sich hinter Opaklef versteckt. Kluger Schorsch! Jetzt ab nach Haus, bevor es dunkel wird! Oh! Es ist ja schon dunkel! Keine Sorge! Das Licht von Opi Mimmels Leuchtturm zeigt uns den Weg nach Hause. Opi Mimmel liegt schon im Bett. Ach, mein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Kapitel 1. Den Rest lese ich dann morgen. Und jetzt schnell das Licht aus. Hä? Wo ist denn das Licht? Wissen Sie, wie spät es ist? Ich habe schon das Licht aus. Ja, ich weiß. Könntest du uns das Große trotzdem wieder anmachen? Oh, Verzeihung! Hurra! Es wird neblig. Ich kann das Licht nicht mehr sehen. Wir sind's nochmal. Hilfst du uns bitte mit dem Nebelhorn? Natürlich! Nebel! Ich kann etwas hören. Opi Mimmel zeigt ihnen den Weg. Seine Stimme ist das Nebelhorn. Hier geht's lang! Die Eltern sind da und holen ihre Kinder ab. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, wir waren auf der Pirateninsel. Und auf einem Leuchtturm. Opi Mimmels Leuchtturm hat uns sicher nach Hause geführt. Wie schön! Opi Mimmel hat uns was vorgesungen. Wollt ihr es gerne mal hören? Nein, dann... Ja, bitte! Als ich heute erwarte... Champion Papa Wutz Peppa und ihre Familie schauen sich eine Sportsendung im Fernsehen an. So ein weiterer Sprung! Das ist ein neuer Weltrekord! Hurra! Mama, was ist ein Weltrekord? Das heißt, du bist die Beste der Welt in irgendwas. Dann bist du Champion. Und dein Name steht in einem Buch. Hier sind die Champions im Laufen, im Springen, im Schwimmen. Ich wünschte, du wärst auch in dem Buch, Papa. Ich bin in dem Buch. Nein! Doch! Papa Wutz ist Matschepfützen-Champion. Boah! Noch hat mich niemand übertroffen. Und das wird auch so bleiben. Die nächste Disziplin ist der Matschepfütze-Springen. Was für eine riesengroße Flatsch! Moment, ich glaube... Ja! Das ist eine neue Weltrekord! Oh! Papa! Jetzt bist du ja gar nicht mehr der Champion. Jetzt sind bestimmt alle traurig. Oh nein! Die Leute haben ganz sicher Wichtigeres im Kopf, Peppa. Papa Wutz! Dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja! Okay, dann mach ich's. Gleich morgen. Hurra! Aber ich muss das Matschepfützen-Springen erst mal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa, ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützen-Springens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützen-Springanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa, diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe. Ähm, ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ähm, ich habe sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützen-Springen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützen-Springen zu sehen. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Viel Glück, Herr Wutz. Oh, wo sind denn Ihre Glücksstiefel? Ah, hier sind sie. Danke, Opa Wutz. Die riechen nach Tomaten. Und jetzt kommt der gekochte Matschepfützen-Sprung. Papa Wutz konzentriert sich. Achtung, fertig, los! Ich muss eins werden mit der Pfütze. Ich muss die Pfütze sein. Wow! Die Pfütze ist weg! Die Pfütze ist über uns alle drüber geschwampt. Papa Wutz ist eins geworden mit der Pfütze. Alle sind eins geworden mit der Pfütze. Das ist neuer Weltrekord! Wow! Champion Papa Wutz! Und wer bist du? Ich bin Pepper Wutz! Und eines Tages bin ich Champion im Matschepfützen-Springen! Wir trainieren schon! Ah, vom Meister trainiert! Was hast du gelernt? Ähm, bevor du in Matschepfützen springst, musst du immer darauf achten, dass du deine Stiefel trägst! Töpfern! Pepper und Schorsch sind zum Spielen bei Zoe Zebra. Zoes kleine Schwestern Susi und Sina basteln einen Dschungel aus Knetmasse. Schorsch hat einen Dinosaurier aus Knete gemacht. Pepper und Zoe spielen Picknick mit ihren Kuscheltieren. Einen schönen guten Tag, Herr Affe! Möchten Sie gern eine Tasse Tee? Uh, uh, uh! Herr Affe sagt ja! Und wie heißt das Zauberwort, Herr Affe? Uh, uh, uh! Das heißt bitte! Oh, wir haben gar kein Teegeschirr! Wir können uns ein Teegeschirr aus Knete machen! Au ja! Schorsch, können wir auch was von der Knete haben, bitte? Nein! Susi und Sina, wir würden gern ein Teegeschirr für unser Picknick machen! Nein! Ihr könnt uns ja dabei helfen! Ich mache die Teegeschirr und wir machen die Tassen! So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee! Oh, diese Kanne ist viel zu weich! Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein! Meine Mama macht richtiges Geschirr! Sie hat eine Töpferei! Oh! Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können! Na klar, kommt mal mit! Das ist die Töpferei von Frau Zebra! Also machen wir ein Teegeschirr! Was ist das? Ton! So fängt man immer an beim Töpfern! Aber der ist genauso weich wie Knete! Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen! Aber später ist er nicht mehr so weich! Oh! Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse! Fertig! Eine Tasse! Boah! Ich glaube, das geht ganz einfach! Willst du es mal versuchen? Ja, bitte! Das ist ganz glitschig! Ah! So geht das nicht! Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen! Eine Tasse kann man auch einfacher machen! Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst! Etwa so! Sieht aus wie ein Wabbelwurm! Ich bin ein Wurbelwurm! Ich bin ein Wabbelwurm! Ich wabel so rum! Was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wurbelwurm! Wir wickeln ihn rundherum und rundherum! Das wird aber ganz wellig! Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen! Und ich mache einen Henkel dran! Das ist eine Tasse! Jetzt haben wir zwei Tassen! Ja, aber zu einem Teegeschirr gehören mehr als zwei Tassen! Wir können alle Tassen machen! Ja! Saurier! Schorsch hat einen Dinosaurier gemacht! Schorsch macht immer nur Dinosaurier! Oh, ein furchterregender Saurier! Jetzt müssen wir das Teegeschirr im Ofen brennen! Im Brennofen wird der Ton ganz heiß gebrannt! Davon wird er hart! Das Teegeschirr ist fertig! Wow! Jetzt malen wir es an! Die Kinder bemalen das Teegeschirr mit schönen leuchtenden Farben! Das Teegeschirr ist fertig! Und jetzt können wir unser Picknick machen! Und für jeden ist eine Tasse da! Oh, wir haben vergessen eine Kanne zu machen! Ich weiß was! Der Dinosaurier von Schorsch kann die Teekanne sein! Ja! Wir füllen ihn mal mit Wasser! Das ist das beste Teegeschirr auf der ganzen Welt! Natürlich! Ein richtiges Teegeschirr hat einen Dinosaurier als Teekanne! Teekanne! Linus Löffel kommt zum Spielen! Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer! Das wird das Beste aus aller Zeiten! Schorsch! Linus Löffel ist da! Ich komme dich dann nachher abholen! Schorsch und Linus sind beste Freunde! Schorsch! Linus! Ihr macht mein ganzes Haus kaputt! Spiel doch bitte was ohne Titschen! Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan! Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel! Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss! Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt! Ich gehe! Mir ist es zu laut hier! Ich sage Kartoffel! Ich sage Erdapfel! Kartoffel! Erdapfel! Kartoffel! Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann! Kartoffel! Erdapfel! Kartoffel! Erdapfel! Mama! Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht! Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut! Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen! Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen! Luzi Locke ist Peppers beste Freundin! Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich! Wir rufen sie mal an! Hallo, Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's! Hast du Lust bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa! Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja, aber komm ganz schnell! Wie ist denn, Luzi? Ich komme dann... Schnell, Luzi! ...bitter, um dich abzuholen! Schorsch, Linus, Schwester Luzi ist da! Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland! Hier ist jetzt ein Krankenhaus! Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt! Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr, es ist jetzt ein Krankenhaus! Ich bin die wichtige Frau Doktor! Hm, dieser Dinosaurier sieht krank aus! Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor! Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus! Er muss sofort ins Bett! Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalig aus! Ja, Frau Doktor! Er muss auch ins Bett! Sofort! Rau, Luzi! Pssst! Bitte Ruhe jetzt! Hier ist ein Krankenhaus! Haft auf! Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr, jetzt ist es ein Bahnhof! Schluss jetzt! Es gibt keine Eisenbahn im Feenland! Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland! Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt! Warum weint ihr denn so laut? George und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen! Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen! Hm, ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen! Und? 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 Geht doch alle nach draußen zum Spielen! Aber die machen doch nur kleine Jungs Spiele! Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen! Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matsche-Pfützen! Und wofür sind Matsche-Pfützen da? Um Märmen herumzuspringen! Alle lieben es, in Matsche-Pfützen herumzuspringen! Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas! Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug! Papa Wutz hat ein Picknick vorbereitet! Peppa, George, habt ihr eure Sachen gepackt? Ja, ich nehme Teddy mit! Sausia! Wenn ihr sie mitnehmt, müsst ihr aber auch darauf Acht geben! Ja, Mama! Seid ihr startbereit? Ja, Papa Wutz! Dann geht's los! George hat seinen Dinosaurier vergessen! Oh, George! Du solltest besser auf deinen Dinosaurier Acht geben! Sausia! Sind wir jetzt alle ganz und gar sicher, dass wir sonst überhaupt nichts vergessen haben? Ja, Papa Wutz! Teddy! Ich habe Teddy vergessen! Wo hast du ihn denn liegen lassen? Ich glaube, auf dem Küchentisch war's! Peppa, du solltest wirklich besser auf Teddy Acht geben! Teddy! Jetzt aber wirklich! Sind alle bereit? Ja, Papa Wutz! Es geht los! Es geht los! Da ist der Picknickplatz! Wir sind da! Hurra! Ich liebe diesen Picknickplatz! Hier ist es still und friedlich! Da kommen Zoe Zebra und ihr Vater, Herr Zebra, der Briefträger! Hallo, Herr Zebra! Bringen Sie unsere Post! Ho, ho! Leider keine Zustellung! Ich habe frei heute! Nee! Wir machen nämlich ein Picknick! Genau wie wir! Also, warum machen wir nicht alle zusammen ein Picknick? Au, ja! Was für ein prächtiges Picknick! Dürfen Schorsch und ich bitte schon mal aufstehen und mit Zoe spielen? Ja, Peppa! Zoe, ich habe meinen Teddy mit! Ich habe meinen Affen mit! Uh, uh, uh! Saus, ja! Ich habe mein Puppengeschirr mitgebracht! Wir spielen Picknick! Oh, da sind die Enten! Sie kommen wirklich jedes Mal, wenn wir hier picknicken! Wir hätten wohl Orangensaft dabei! Und wir hätten wohl Kekse dabei! Da! Echter Puppenkeks! Sehr lecker! Oje, die Enten möchten wohl keinen echten Puppenkeks! Oh, fein! Dann können ja der Affe und Sausier und Teddy mehr bekommen! Mh, lecker! Uh, uh, uh! Affe sagt, der beste Keks der Welt! Peppa, Schorsch, wir fahren! Wiedersehen, Zoe! Wiedersehen! Alle startbereit! Ja, Papa Rutz! Machen wir uns auch auf die Socken, Zoe! Ja, Papa! Tasse, Teller, Affe, Teddy! Oh nein! Du gehörst aber nicht hierhin, Teddy! Peppa hat ihren Teddy vergessen! Schon wieder! Peppa und ihre Familie sind zu Hause! Oh, genug Gefahren für heute! Alles, was ich jetzt noch möchte, ist, meine Füße hochzulegen und ein bisschen fern! Hey, ich habe Teddy vergessen! Oh, Peppa! Jetzt muss Papa Rutz den ganzen Weg wieder zurückfahren! Ähm, ja, natürlich! Da ist der Zebra, der Briefträger! Ich dachte, sie hätten heute ihren freien Tag, Herr Zebra! Heute ist mein Feiertag! Aber Zoe hat eine besondere Spezialzustellung für eine gewisse Peppa-Wutz! Bitte schön, Peppa! Was ist das? Es ist Teddy! Du hattest ihn liegen lassen! Also haben wir Teddy mitgenommen! Dankeschön, Zoe! Teddy hat bestimmt einen spannenden Ausflugstag gehabt! Aber, Peppa, du musst wirklich ein bisschen besser auf ihn Acht geben! Ja, Mama! Du bist ein sehr unartiger Teddy! Du musst versprechen, dass du nie wieder so herumbummelst! Entschuldigung, Peppa! Ich verspreche es! Stau! Oma-Wutz und Opa-Wutz bereiten das Essen für Peppa und ihre Familie vor! Ich habe noch mehr Kartoffeln ausgegraben! Aber Opa, wir haben schon so viele Kartoffeln! Och, Kartoffeln kann man nie genug haben! Na gut, dann schieb die Kartoffeln in den Ofen, die anderen sind bald da! Hoho, es ist noch genug Zeit! Es ist erst elf Uhr! Peppa und ihre Familie sind auf dem Weg! Wären wir nur früher losgefahren, wir kommen wieder zu spät! Keine Sorge, Mama-Wutz! Wir haben noch massig Zeit! Wir kommen immer zu spät, wenn wir zu Oma und Opa fahren! Hoho! Diesmal nicht! Ich habe einen neuen Weg erfunden, um dem Verkehr auszuweichen! Oh! Damit habe ich nicht gerechnet! Peppa und ihre Familie stecken im Stau! Guck mal! Da sind Klausi-Kleff und Opa-Kleff! Klausi-Kleff und Opa-Kleff stecken auch im Stau! Hallo, Peppa! Hallo, Peppa! Hallo, Peppa! Opa zum Essen! Aber wir kommen wieder zu spät! Es ist ein Uhr! Sie sind zu spät! Wie immer! Wie weit sind deine Kartoffeln? Ähm, sie brauchen noch ein ganz kleines bisschen! Oma-Wutz am Apparat! Hallo, Oma-Wutz! Wir stecken noch im Stau! Keine Sorge! Wir sind auch spät dran! Opa hat es mit den Kartoffeln etwas übertrieben! Bis gleich! Die Ärmsten! Sie stecken noch im Stau fest! Oh, dann habe ich ja Zeit, um noch ein paar Kartoffeln zu holen! Opa-Wutz! Es geht ja so langsam! So kommen wir nie zu Oma und Opa! Peppa hat recht! Wir müssen anders fahren! Aber es gibt keine weiteren Hauptstraßen! Ich weiß eine Abkürzung! Auf Wiedersehen, ihr alle! Wir nehmen die Abkürzung! Wiedersehen, Peppa! Viel Glück! Mama-Wutz nimmt eine Abkürzung, um den Stau zu umfahren! Die Abkürzung ist sehr holperig! Das macht Spaß! Bist du dir da ganz sicher? Vertrau mir! Hallo, Enten! Wir nehmen eine Abkürzung! Seht ihr? Da ist wieder die Hauptstraße! Gut gemacht, Mama-Wutz! Aber wir sind immer noch hinter Klausis Laster! Hallo! Wen haben wir denn da? Oje! Die Abkürzung von Mama-Wutz hat nicht sehr gut funktioniert! Gut! Essen ist fertig! Und am allerwichtigsten, die Kartoffeln sind auch gar! Das Essen ist fertig, aber Peppa und ihre Familie sind immer noch nicht da! Opa Wutz am Apparat! Wir sind schon fast bei euch! Aber die Autos bewegen sich nur im Schneckentempo! Eine sehr, sehr langsame Schnecke! Sie sind fast da, aber sie stecken immer noch im Stau! Die Ärmsten! Das Essen wird ja ganz kalt! Ich habe eine Idee! Ich hole meine Schubkarre! Was hat Opa Wutz vor? Oma Wutz! Wir laden jetzt das Essen in die Schubkarre! Zu Befehl, Opa Wutz! Wenn Sie nicht zum Essen kommen können, dann muss das Essen eben zu Ihnen kommen! Seht mal! Da sind Oma und Opa mit dem Essen in einer Schubkarre! Wutz, ahoi! Das Essen wird serviert! Habt ihr genug dabei, damit auch Klausi und sein Opa was abbekommen? Es ist genug für alle da! Opa! Kartoffeln! Gut, dass du so viele Kartoffeln gebacken hast, Opa! Hoho! Kartoffeln kann man doch nie genug haben! Recyceln Herr Bulle, der Müllmann leert die Mülltonne aus. Es ist früh am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle so leise zu sein, wie er nur kann. Aber Herr Bulle ist nicht besonders gut im Leise sein. Pepper und Schorsch sind gerade mit dem Frühstück fertig. Was ist das für ein Lärm? Das ist Herr Bulle, der Müllmann. Hallo, Herr Bulle! Hallo zusammen! Muss wieder los! Hoffenweise Müll zusammen! Tschüss! Tschüss! Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut, der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich! Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Pepper, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Pepper, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? Ähm, in den grünen. Ja! Das macht Spaß! Jetzt ist Schorsch dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? Schorsch möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho! Ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, Schorsch. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, Schorsch. Zeitungen kommen in den roten Korb, Schorsch. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt. Jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra! Auf geht's! Mama Wutz hat die Flaschen. Pepper hat die Blechdosen. Und Schorsch hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Recyceln, Recyceln, wir fahren, Recyceln. Blechdosen. Flaschen. Zeitungen. Recyceln, Recyceln, wir fahren, Recyceln. Das ist der Wertstoffhof von Frau Mümmel. Wir sind da. Hurra! Hallo, ihr da. Hallo, Frau Mümmel. Kommt ihr alle zum Recyceln? Ja, genau. Wunderbar. Also los. Was macht Frau Mümmel da? All die alten, rostigen Autos recyceln. Boah. Wer kann mir sagen, wo die Flaschen reinkommen? In den grünen. Stimmt, genau. Und die Dosen in den blauen. Das stimmt, Pepper. Schorsch möchte die Zeitungen recyceln. Okay, Schorsch. Dann machst du die Zeitungen. So, das ist genug Recycling für heute. Ja, gehen wir nach Hause. Oh, wo ist unser Auto hin? Das Auto ist verschwunden. Zurücktreten. Frau Mümmel will das Auto recyceln. Stopp. Das ist unser Auto. Was? Ist das wahr? Ja. Unser Auto ist doch nicht alt und rostig. Wie dumm von mir. Ich liebe Recyceln eben. Ja, tun wir auch. Aber wir lieben auch unser kleines Auto. Ja, und unser kleines Auto liebt uns auch. Oder nicht? Die Pirateninsel. Opa Wutz macht mit Pepper und ihren Freunden einen Ausflug mit seinem Boot. Alle Mann an Bord? Ein Eierchen, Opa. Volldampf voraus. Wiedersehen. Wiedersehen. Pepper und ihre Freunde haben alle Schwimmwesten an. George, du kriegst meinen Piratenhut. Heute segeln wir alle zur Pirateninsel. Wenn wir Glück haben, finden wir einen vergrabenen Schatz. Die Pirateninsel scheint ein toller Ort zu sein. Land in Sicht! Da wären wir. Die Pirateninsel. Was ist das? Dieser Metalldetektor findet vergrabene Schätze. Opa Wutz sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Schätzen. Aha! Der Metalldetektor hat etwas gefunden. Wir graben es aus. Eine kleine Münze. Ein Schatz. Hurra! Kommt, wir suchen noch mehr. Aha! Wir haben noch was gefunden. Das klingt groß. Du meine Güte. Dieser Schatz ist aber ziemlich schwer. Oje. Das ist kein vergrabener Schatz. Das ist ein rostiger alter Einkaufswagen. Oh. Jetzt ist es mal genug mit der Schatzsuche. Wer hilft mit bei einer ganz großen Sandburg? Ich! Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich guck mal schnell nach dem Boot. Oma Wutz hilft den Kindern dabei, eine große Sandburg zu bauen. Und Opa Wutz hat etwas Wichtiges auf dem Boot zu erledigen. Ach, ist das schön. Ich muss mal die Augen zumachen. Ein kleines bisschen. Oma Wutz und die Kinder bauen eine große Sandburg. Sie brauchen eine Menge Sand. Mit Eimern formen sie die Burgtürme. Was für eine prächtige Burg. Hurra! Jetzt fahren wir nach Hause. Oh, wo ist das Boot hin? Guck, Oma. Oh nein. Opa Wutz schläft tief und fest und das Boot treibt davon. Wir müssen Opa aufwecken. Ruft mal so laut, ihr könnt. Opa Wutz, wach auf! Wach auf! Oh nein. Opa Wutz schläft immer noch. Opa ist zu weit weg. Er hört uns nicht. Wir sitzen fest auf der Pirateninsel. Wir sind schiffbrüchige. Wir sind in 100 Jahren noch hier. Genau. Wir müssen wilde Früchte und Beeren essen. Und außerdem noch Insekten und Schnecken. Ruah! Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Wo bin ich? Hallo! Äh, hallo zusammen. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, äh, ich glaube nur, ich, äh, habe etwas vergessen. Einen Augenblick! Guckt! Da ist Opa! Wir sind gerettet! Hurra! Willkommen an Bord, Matosin! Schlimmer, Opa Wutz. Wir dachten schon, du lässt uns allein. Das tut mir leid, Oma Wutz. Nächstes Mal schlafe ich nicht ein. Versprochen. Wiedersehen, Pirateninsel. Wir kommen bald wieder. Ich liebe die Pirateninsel. Fahren wir da bald wieder hin? Hoho! Natürlich tun wir das, Peppa. Hurra! Ja! Burgwetterstein Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Peppa, Schorsch, wir fahren heute zur Burg Wetterstein. Was soll denn das sein, Papa? Das ist eine Burg auf einem hohen Hügel. Schorsch mag Burgen gern. Burgwetterstein klingt wie eine öde Sache für Jungs. Nein, Peppa, bestimmt nicht. Man hat eine herrliche Aussicht von da oben. Man sieht sogar das Haus von Oma und Opa Wutz. Ui! Dann nix viel los! Ich lese die Karte und Mama Wutz fährt. Meinst du wirklich, Papa Wutz? Wir verfahren uns dann doch nur und du wirst bestimmt grantig. Wir werden uns nicht verfahren und ich werde nicht grantig. Burgwetterstein, wir kommen! Sind wir endlich mal da? Nicht ganz. Oh. Wollen wir vielleicht was spielen? Ja, bitte. Wir spielen, ich sehe was. Meinetwegen. Ich fang an. Papa Wutz sucht sich heimlich etwas aus und die anderen raten, was es ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das hat die Farbe Rot. Rot? Mein Kleid. Das ist rot. Nein, das meine ich nicht. Hm. Das Auto. Das stimmt. Unser Auto. Ich bin... Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Hm. Das blaue Hemd von Schorsch. Nein. Ist es etwas im Auto? Nein. Soll ich? Ja. Der Himmel. Der blaue Himmel. Gewonnen. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Ich weiß genau, wo wir sind. Nur, dass diese Straße anders aussieht als auf der Karte hier. Oh, Papa Wutz. Verfahren. Ach was, Verfahren. Und wie finden wir den Weg zur Burgwetterstein? Gleich hab ich's. Moment. Hm. Ich hab's. Wir fragen Oma und Opa. Ach, wozu denn Oma und Opa? Ich find das. Und wenn's den ganzen Tag dauert. Aber der Tag ist bald vorbei. Hallo. Hier, Opa Wutz. Was gibt's? Opa Wutz, wir haben uns auf dem Weg zur Burgwetterstein verfahren. Ho, 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 ho. Liest Papa Wutz zufällig die Karte? Ja, Papa Wutz liest die Karte. Und gerade ist er ein kleines bisschen grantig. Ich bin nicht grantig. Ho, 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 ho. Am einfachsten ist es, wenn ihr der Hauptstraße folgt, bis ihr dann endlich die Burg auf dem Hügel seht. Danke, Opa Wutz. Wir folgen der Straße und halten nach der Burg Ausschau. Sag ich doch. Schaut, ist das die Burg? Ja, das ist Burgwetterstein. Komm schon, Auto. Komm schon, Auto. Das schaffst du doch. Hurra! Peppa und ihre Familie haben Burgwetterstein erreicht. Boah, ist die aber hoch. Wir gehen rein. Die Aussicht von oben ist fantastisch. Boah, was für eine Aussicht. Mami, ist das Oma und Opas Haus? Ja, genau. Es ist so weit weg. Wollt ihr mal durchs Fernrohr schauen? Darf ich zuerst reinsehen? Und dann ist Schorsch an der Reihe. Boah. Durch das Ferndlas sieht alles viel größer aus. Ich sehe Oma und Opa. Guck, Schorsch. Oma Wutz. Opa Wutz. Schorsch winkt Oma und Opa Wutz. Dummer, Schorsch. Oma und Opa Wutz sind viel zu weit weg, um dich zu erkennen. Ich hab's, wir rufen an. Hallo? Opa Wutz, wir sind auf Burgwetterstein und sehen euch. Winkt uns mal. Oma und Opa Wutz winken uns. Ich mag Burgwetterstein. Es ist ein heißer, sonniger Tag. Peppa und Schorsch machen ein Picknick. Hier ist Orangensaft für dich, Teddy. Wie sagt man? Dankeschön, liebe Peppa. Oh, gern geschehen, lieber Teddy. So, und hier ist auch Orangensaft für dich, Sousia. Du musst jetzt Danke sagen. Oh, es war mir ein Vergnügen, Sousia. Möchte einer von euch vielleicht einen Keks kosten? Wir haben keinen Hunger. Äh, Peppa und Schorsch, ihr könnt die Kekse aufessen. Dankeschön, Teddy. Was war das für ein Geräusch? Peppa, Schorsch, schnell, kommt ins Haus. Mama, da hat was geknallt. Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt. Mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik. Der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, Schorsch, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Sousia. Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy, ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass. Guck. Ja, armer Teddy, wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa. Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Hm. Oh. Jetzt ist der Regen drin. Es tropft auf den Boden. Oh je. Was sollen wir tun, Papa Wutz? Kein Problem. Und schon hat Papa Wutz eine Lösung gefunden. Sehr gut, Papa Wutz. Weh wie eierleicht. Ey, was? Schnell. Es muss unbedingt noch ein Behälter her. Sehr gut, Peppa. Baby eierleicht. Mama, der Donner donnert aber laut. Aber du musst keine Angst vor dem Gewitter haben. Kommt, wir zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Je später es donnert, desto weiter weg ist das Gewitter. Eins, zwei, drei. Drei Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Sekunden. Das Gewitter verzieht sich schon. Und schon ist das Gewitter vorbei. Hurra. Nach dem Gewitter ist der ganze Garten voller Matschepfützen. Peppa liebt es, durch Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, durch Matschepfützen zu springen. Ich mag Gewitter. Dann gibt's Matschepampe. Plitsch, platsch, plotsch, plitsch. Das Baumhaus. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz. Oma Wutz. Wie schön, dass ihr mich besucht. Zieht eure Gummistiefel aus, bevor ihr ins Haus kommt. Gut, Oma. Peppa, Schorsch, schaut, was ich hier habe. Kleine Gardinen. Oh. Oma, wozu sind die kleinen Gardinen da? Überraschung. Wollt ihr nachschauen, was Opa Wutz für euch im Garten gebaut hat? Ja, komm, Schorsch. Opa Wutz. Opa Wutz. Hallo, Peppa und Schorsch. Ich habe etwas Feines für euch. Ein Baumhaus. Ein Baumhaus. Für Schorsch und mich. Jetzt wisst ihr, wofür die kleinen Gardinen sind. Hurra! Peppa und Schorsch freuen sich riesig. Danke, Oma Wutz. Danke, Opa Wutz. Wer will denn zuerst ins Haus? Ich, ich. hereinspaziert. Aber bevor ich ins Haus darf, muss ich meine Gummistiefel ausziehen. Ich bin im Baumhaus. Ich bin in meinem Baumhaus. Schorsch, möchtest du Peppa im Baumhaus besuchen? Ja, wer ist da? Ein Schweinchen namens Schorsch möchte dich besuchen. Kann er reinkommen? Aber nur ohne seine Gummistiefel. Schorsch, zieh deine Schuhe aus. Dann kannst du zu Peppa ins Baumhaus. Wer ist da? Schorsch? Ja, wer ist da? Hier ist Mama Wutz. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Hm, du musst die geheimen Geheimworte sagen. Dann kannst du zu uns ins Haus. Aber wie lauten die geheimen Geheimworte? Ich muss sie dir ins Ohr flüstern. Die geheimen Geheimworte sind Papas großer Dickbauch. Aha. Sag die geheimen Worte. Papas großer Dickbauch. Genau, Papas großer Dickbauch. Ich finde, das sind blöde geheime Geheimworte. Mama, bevor du ins Haus darfst, musst du deine Gummistiefel ausziehen. Natürlich. Papa, komm doch auch zu uns. Sag die Geheimworte. Ja, aber kann ich vielleicht andere Geheimworte haben? Nein. Oh, äh, na gut. Papas großer Dickbauch. Das war richtig. Du kannst reinkommen, Papa. Zieh deine Schuhe aus. Ich glaube, ich passe nicht durch die Tür. Das liegt daran, dass dein Bauch zu dick ist. Ich weiß was. Papa Wutz kann oben rein ins Haus. Jetzt sind Peppa, Schorsch, Mama und Papa Wutz alle zusammen im Baumhaus. Unser Baumhaus ist so schön. Ich will für immer hier drin bleiben. Oh, äh, heißt das, dass du mich auch nicht mehr in meinem Haus besuchen willst? Nein, Oma. Vielen Dank. Schade. Na ja, dann müssen Opa Wutz und ich wohl alle meine selbstgemachten Kekse ganz alleine aufessen. Kekse! Warte, Oma Wutz! Hier sind meine leckeren Kekse. Aber hier kommt nur rein, wer die geheimen Geheimworte weiß. Das ist doch leicht. Papas großer Dickbauch. Richtig! Also, ich finde immer noch, dass das blöde geheime Geheimworte sind. Opa und Oma Wutz machen mit Peppa und Schorsch eine Bootsfahrt auf dem Fluss. Willkommen an Bord, Matrosen! Peppa, Schorsch, zieht eure Schwimmwesten an. Wenn Peppa und Schorsch auf dem Boot von Opa Wutz sind, müssen sie Schwimmwesten tragen. Auf diesem Boot bin ich der Kapitän. Ei, ei, Käpt'n. Ei, ei, Käpt'n. Wenn Käpt'n Opa sagt, was so zu tun ist, müsst ihr es auch tun. Außer es ist etwas Dummes. Käpt'n Opa sagt nie etwas Dummes. Natürlich nicht Käpt'n Opa. Schorsch, hisst die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Käpt'n. Oma Wutz, ans Steuerrad. Ei, ei, Käpt'n. Volle Kraft voraus. Volle Kraft! Vielleicht solltest du etwas langsamer fahren, Opa Wutz. Gute Idee, Oma Wutz. Ich möchte nicht das ganze Benzin verbrauchen. Opa, ich fand es schön so schnell. Keine Sorge, Peppa. Wir fahren später noch schnell. Guck mal, da ist noch ein Boot. Das ist Opa Kleff. Er macht eine Bootsfahrt mit Klausi Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Wutz. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Opa Kleff ist der beste Freund von Opa Wutz. Ich bin überrascht, dass dein alter Kahn immer noch schwimmt, Opa Kleff. Der ist doch bestimmt schon so alt wie du. Mein alter Kahn ist immer noch viel schneller als dein rostiger Heimer, Opa Wutz. Na gut, du alter Seehund. Wir machen ein Rennen. Du wirst verlieren, Wasserschwein. Ihr beide benehmt euch wie kleine Kinder. Opa Kleff hat mich Wasserschwein genannt. Du hast ihn zuerst Seehund genannt, Opa. Du solltest dich entschuldigen. Nur wenn er sich zuerst entschuldigt. Opa, entschuldige dich bei Opa Wutz. Er ist dein bester Freund. Nein, er ist ein Wasserschwein und mein Boot ist schneller als seins. Na gut, Seehund. Wir machen ein Rennen bis zur Brücke. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, los. Du bist zu früh gestartet. Hol mich doch ein, Wasserschwein. Seehund. Und du kannst nicht schneller als so. Du kriegst mich nicht. Gewonnen. Oh je, das Boot von Opa Wutz hat kein Benzin mehr. Sehr schlau, Käpt'n Opa. Vielleicht bin ich doch ein bisschen schnell gefahren. Wie kommen wir nach Hause? Guckt mal, da ist Opa Kleff. Opa Kleff kann uns abschleppen. Ich lasse mich doch nicht von diesem Seehund abschleppen. Wer sagt, dass ich dich abschleppen würde, Wasserschwein? Ach, werdet ihr denn nie erwachsen? Opa, entschuldige dich bei Opa Kleff. Entschuldige, dass ich dich Seehund genannt habe. Opa, entschuldige du dich bei Opa Wutz. Entschuldige, dass ich dich Wasserschwein genannt habe. So ist gut. Opa Kleff, kannst du uns nach Hause abschleppen, bitte? Es wäre mir ein Vergnügen, Madame. Fang das, Käpt'n. Ei, ei, Skipper. Opa Kleff ist der allerbeste Freund von Opa Wutz. Opa Kleff schleppt das Boot von Opa Wutz nach Hause. Die Hauptsache ist, ich habe das Rennen gewonnen. Opa Wutz. Schlimmer, Opa Wutz. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Käpt'n Opa. Peppa, läute die Glocke.